Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigt uns seit langer Zeit. Es liegen viele Erkenntnisse vor und einige Abläufe haben sich eingespielt. Was jedoch fehlt, ist ein einheitliches Vorgehen, eine verlässliche Struktur und Finanzierung in unserem Land. Der Städte- und Gemeindetag hat die Situation im November letzten Jahres auf den Punkt gebracht. Mit seinem Dreiwellenpapier hat er Arbeitshinweise und Handlungsnotwendigkeiten aufgezeigt. Das Papier beschreibt exakt, was uns in den nächsten Jahren erwartet und was zu tun ist. Von der Aufnahme der Flüchtlinge über die Integration in unserer Gesellschaft bis hin zum Familiennachzug. Sehr geehrte Damen und Herren! Mit unserem vorliegenden Antrag unterstützen wir die Positionen des Städte- und Gemeindetages e.V. Die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge ist eine besondere Herausforderung für das gesamte Land. Gleichzeitig ist sie eine Chance, den Auswirkungen der demografischen Entwicklung aktiv zu begegnen. 80% der Flüchtlinge sind jünger als 35 Jahre. Sie sind damit im erwebsfähigen Alter und zwar noch für lange Zeit. Zudem sind sie motiviert, eine neue Ausbildung bzw. Weiterqualifikation zu absolvieren. Sie lernen schnell, das zeigt sich in der Praxis immer wieder, meine Damen und Herren. Sie sind damit eine Antwort auf das demografische Problem. Diese große Chance müssen wir erkennen und natürlich müssen wir die Menschen zügig in die Gesellschaft integrieren, meine Damen und Herren, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Der Städte- und Gemeindetag gibt Handlungsanleitungen für alle drei Wellen. Die erste Welle sind die Flüchtlinge im Asylverfahren. Die zweite Welle sind die Flüchtlinge, die anerkannt sind und integriert werden sollen. Denn der benötigte Zeitraum für die Integration wird auf fünf Jahre geschätzt, meine Damen und Herren. Die dritte Welle ist der Familiennachzug. Allerdings ist der Familiennachzug mit dem vor kurzem beschlossenen Asylpaket 2 zunächst für zwei Jahre ausgesetzt. Das bedeutet in der Folge, dass sich die Familienangehörige weiter auf die lebensgefährliche Route über das Mittelmeer begeben werden. Und auf diesem Weg sind bekanntlich alleine in den letzten sechs Monaten mehr als 350 Kinder ertrunken, meine Damen und Herren. Für die kommenden Jahre geht es darum, dass wir uns auf die zweite und dann auf die dritte beschriebene Welle konzentrieren. Das heißt, auf die Anerkannten und den Familiennachzug. Die Herausforderungen sind folgende. Erstens, die Flüchtlinge dürfen nach ihrer Anerkennung nicht obdachlos werden. Es muss ausreichender Wohnraum geben. Bestehender Wohnraum muss erschlossen und neue Wohnungen gebaut werden. Zweitens, die Kapazitäten in Kitas und Schulen müssen erhöht werden. Das heißt, es müssen mehr Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialpädagogen, Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden. Betreuungssysteme und das Ehrenamt müssen gestärkt werden, meine Damen und Herren. Drittens, es muss Sprachkursen für alle von Anfang an geben. Integrationkurse müssen unabhängig vom Arbeitsmarkt angeboten werden. Es muss auch Anaphabetisierungskurse für Menschen geben, die nicht lesen und schreiben können. Auch berufsbegleitende Sprachkurse, Deutschkurse müssen angeboten werden. All diese Einzelmannahmen müssen unverzüglich in ein einheitliches und verbindliches Integrationkonzept in unserem Land zusammengefasst und dann umgesetzt werden. Das heißt, meine Damen und Herren, der Städte- und Gemeindetag geht davon aus, dass 50 bis 70 Prozent der Flüchtlinge, die zu uns kommen, eine dauerhafte Bleibeperspektive haben. Weiter geht er davon aus, dass 40 Prozent von den Flüchtlingen in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Aufenthaltsstatus erhalten, auch hier in unserem Land bleiben werden. Es sind also Menschen, die in unserem Leben und in unserer Gesellschaft in den kommenden Jahren mitgestattet werden. Ich komme zu dem nächsten Punkt in unserem Antrag. Die Gesundheitskarte wurde in den vergangenen Tagen wieder heiß diskutiert. Wir waren kurz vor dem Schluss. Plötzlich hieß es, die Karte sei jetzt gar nicht mehr nötig. Sie machen keinen Sinn, weil die Asylverfahren verkürzt sind. Beweise hierfür gibt es jedoch nicht. Ich denke, das ist ein vorgeschobenes Argument. Der wahre Grund würde mich heute sehr interessieren, Frau Hesse. Unlängst plädieren auch Abgeordnete der SPD-Fraktion, Julian Barleen, Jörg Halten, sehr verhemmend für die Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Selbst die CDU war ja sehr überrascht von diesen 180 Grad gekehrt werden. Zwar werden die Menschen, die aus Kriegsgebieten meist schnell anerkannt. Doch es gibt auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber, deren Anerkennungsverfahren lange dauert. Gerade deshalb ist die Karte so wichtig, damit die Menschen, die sich über Jahre im Leistungsbezug und sich über Jahre in einer Duldung befinden, einen leichten Zugang zur Gesundheitsleistung haben. Punkt. Wir rücken nicht davon ab. Wir sollten uns bei der aktuellen Debatte die Anhörung zu diesem Thema im Sozialausschuss ins Gedächtnis rufen. Damals, im April 2014, sprachen sich alle Experten und Experten für die Einführung einer Gesundheitskarte für Asylsuchende und Flüchtlinge aus. Darunter unter anderem die Vertreter des Diakonisches Werks, des Flüchtlingsrats, der Kassenärztlichen Vereinigung, der Krankenhausgesellschaft und des Migrantenrats, meinem wunderschönen Staat Rostock. Meine Damen und Herren, meine Fraktion unterstützt, wie gesagt, die Einführung einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Wir setzen uns zudem weiterhin für eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an der Leistung des Gesundheitswesens. Ich mache Ihnen an dieser Stelle, meine Damen und Herren, auch einen Lösungsvorschlag für Ihre Bedenken, damit Ihre Bedenken auf pragmatischer Weise ausräumen kann. Wir leben im Zeitalter der modernen Technik. Die elektronische Gesundheitskarte, wie es den Namen sagt, ist programmierbar und kann bei einer Änderung im Status eines Betroffenen angepasst werden. Selbst wenn sich der Status innerhalb kurzer Zeit für eine Person ändert, kann dieselbe Karte mit einer Anpassung im System weiter genutzt werden. Ich denke, dass Ihre wahren Bedenken bezüglich der Kosten liegen. Aber auch da gibt es eine Lösung. Wir möchten, dass der Kommunen für die medizinische Versorgung weniger Ausgaben entstehen, als vor Inkrafttreten der Rahmenvereinbarung. Wir halten das für umsetzbar. Natürlich ist hier auch das Land in der Pflicht, für eine Finanzierung zu sorgen und Mittel bereitzustellen. Meine Damen und Herren, ich erwarte, dass unsere Aussprache heute zu einer Gesundheitskarte führt und natürlich zu einem Konzept für die Integration der Flüchtlinge. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Müller von der NPD-Fraktion zwei Dinge vorweg. Also aus meiner Zeit in der Volksarmee kenne ich auch noch den Begriff Völkerfreundschaft. Das kennen Sie wahrscheinlich nicht. Und wenn Sie denn meinen, dass unser Bestreben es sei, unser Volk durch die Ausländer zu ersetzen, kann ich Ihnen zumindest sagen, dass es uns allen gut gefallen würde, wenn an Ihrer Stelle hier mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund sitzen würden als Nazis im Parlament. Das wäre ein guter Austausch, wesentlicher Beitrag für die Demokratie in diesem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gestern hier die demokratischen Fraktionen zumindest die Wichtigkeit der Medien in diesem Land beraten und uns dazu bekannt. Und da will ich dann mal aus einem Medienbericht von heute zitieren, weil die Zeitung genau die Probleme aufgreift, die uns umtreiben sollten. Da geht es um den offenen Prüf der Flüchtlingshilfe aus Wesenberg. Unter der Überschrift, Ihre Helfer, Flüchtlinge, Ihre Helfer brauchen Selbsthilfe, ist heute in der Zeitung zu lesen. Und ich zitiere, einen ersten Hilferuf haben Sie bereits dem Landesministerpräsidenten Erwin Sellering überbracht, als dieser in der Kleinstadt war. Geändert hat sich nichts. Das Ziel Integration rückt ganz weit weg. Zitat Ende. Eine aktuelle Widerspiegelung aus den Medien von heute. Ähnliches könnten wir über Baselpool sagen. Zum heutigen Zeitpunkt und weil der Kollege Silkeit uns ja aufgefordert hat, uns mal fünf Minuten Zeit zu nehmen und auch über die Anforderungen nachzudenken und darüber zu sprechen, welche wir an die Flüchtlinge haben müssen, wenn es darum geht, die Sprache zu erlernen, das Rechtssystem der Bundesrepublik kennenzulernen. All das, all das findet in hoher Qualität zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Flüchtlingsunterkunft in Baselpool statt. Ja, hat doch keiner bestritten. Nur weiß niemand, ob diese qualitativ hohe Arbeit auch nach dem September dieses Jahres dort fortgesetzt werden kann. Weil die Finanzierung für den Betreiber dieser Flüchtlingsunterkunft offen ist. Das führt dazu, dass bereits die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Baselpool für eine hohe Qualität gesorgt haben, gekündigt haben. Weil natürlich sich niemand auf das Glatteis bewegt, über ein halbes Jahr eine anstrengende und angestrengte Arbeit zu leisten. Sollten wir uns mal fünf Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken, werter Kollege Silkeit. Weil das hat Auswirkungen auf die Integrationsbereitschaft auch der Flüchtlinge. Und weil das so ist, weil es eben auch in unserem Land, trotz der auch hier heute wieder aus gutem Grund beschriebenen, vielfältigen Aktivitäten und des hohen ehrenamtlichen Engagements, aber auch viel zu tun gibt, dürfen wir dieses nicht wegreden. Und wir können auch nicht immer sagen, danke an das Ehrenamt und meinen, das Ehrenamt wird auch in der Zukunft diese wichtige Aufgabe allein leisten können. Das wird es nicht. Verstehe ich auch den emotionalen Ausbruch der Sozialministerin gegenüber dem Kollegen Saalfeld und damit ja gegenüber dem Anliegen der grünen Landtagsfraktion nicht. Das wird dem nicht gerecht. Und das, was Sie ihm hier vorgeworfen haben in seiner Rede, hat er an keiner Stelle gesagt. Da war das Dank an die Ehrenamtler genauso wie die Anerkennung der Leistung der Landesregierung, aber auch an die Anforderungen, die vor uns stehen. Er hat von einem hohen Respekt gegenüber den Ehrenamtlern gesprochen. Ist das kein Dank? Also ich verstehe es nicht, weil wir uns doch, glaube ich, als demokratische Fraktion einig sind, dass Integration eine große Herausforderung ist, vor der wir alle stehen, die nur gelingen kann, wenn wir sie gemeinsam lösen. Und da muss es auch gestattet sein, dass Oppositionsfraktionen Vorschläge einbringen, die vielleicht darüber hinausgehen, was die Regierung bislang auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, wir sind uns auch hoffentlich einig, dass es noch viel zu tun gibt. Und weil das so ist, müssen wir rechtzeitig die Weichen stellen, um vor allen Dingen die Integration der Flüchtlinge auf der kommunalen Ebene voranzubringen. Und wenn ich dann aus den Medien erfahre, welche Ergebnisse die Flüchtlingsgipfel gebracht haben, leider haben wir als demokratische Oppositionsfraktionen ja keinen anderen Zugang als über die Medien. Ich rede hier, bitteschön, von den Flüchtlingsgipfeln. Die Flüchtlingsgipfeln, unglaublich, was Sie manchmal von sich geben, Frau Sozialministerin, das ist wohl so. Und wenn bei dem letzten Gipfel gesagt wird, wir werden jetzt mal die Aufgaben definieren, die zu lösen sind bis April, da stelle ich mir die Frage, was haben wir seit September des letzten Jahres gemacht? Und dann werden die Aufgaben bis April definiert und dann kommt die Arbeitsgruppe Finanzen und entscheidet dann, wie viel Geld können wir zur Verfügung stehen. Dann ist ein Jahr rum und dann legen wir die ersten Ergebnisse vor. Ich bitte Sie. Die Kompetenzen dieses Landes müssen gebündelt werden. Und das ist mir relativ egal, ob es ein Integrationskonzept ist, ob es ein Gesetz ist. Wir müssen die Maßnahmen, die es gibt, die Verordnungen, die es auf Landesebene gibt, zur Unterbringung, die Konzeption, die wir 2006 rot-rot gemeinsam auf den Weg gebracht haben, die 2011 das erste Mal fortgeschrieben werden muss, das alles muss man doch der neuen Situation anpassen. Aber wir müssen endlich mal zu Ergebnissen kommen und nicht sagen, wir definieren jetzt mal bis April die Aufgaben, die zu lösen sind. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann lesen Sie noch mal die Stellungnahme des Deutschen Städtebundes, die hier in Sperin getagt haben, wenige Tage nach dem letzten glorreichen Gipfel der Landesregierung. Lesen Sie die Forderungen nach, die dort die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister querbeet durch alle Parteien an Bund und Länder gerichtet haben. Vielleicht geht Ihnen dann nicht auf. Ein Partizipations- oder Integrationsgesetz, wie es die Fraktion Bündnis 90 die Grünen fordert, kann den Prozess unterstützen. Insofern haben wir uns auch dafür ausgesprochen, beide Anträge in einer gemeinsamen Aussprache zu behandeln. Und wenn wir heute nicht zu einer Entscheidung kommen, obwohl wir zu einer Entscheidung kommen müssen, kann man auch beide noch mal in den Sozialausschuss überweisen und dort über die gemeinsame Herangehensweise nachdenken. Aus meiner Sicht haben wir Zeit verschenkt und das ist das eigentliche Problem. Die Sozialministerin des Landes Brandenburg, Diana Golze, in Klammern die Linke, hat bereits im Dezember 2015 einen Entwurf eines Landesaufnahmegesetzes für Brandenburg vorgelegt. Gestern hat der Landtag Brandenburg dieses Gesetz verabschiedet. Das Gesetz, was gestern verabschiedet worden ist, enthält unter anderem eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels, unter anderem für die Sozialarbeit, die Finanzierung von zusätzlichen Stellen für Migrationssozialarbeit in den Kommunen, die Ausweitung der Investitionspauschale auf die Wohnungen. Meine Kollegin Andrea Jolige im Brandenburgischen Landtag hat dazu gestern ausgeführt, ich zitiere, die Unterbringung in Wohnungen wird forciert, indem die Investpauschale für die Schaffung von Unterbringungsplätzen, die bisher nur für Gemeinschaftsunterkünfte gezahlt wurde, auf die Wohnungsunterbringung ausgeweitet wird. Für die Unterbringung wird außerdem künftig eine Unterbringungspauschale gezahlt, die sich an der tatsächlichen Kostenstruktur für Wohnraum in den jeweiligen Kommunen orientiert. Das heißt dann konkret auch, dass für die Unterbringung in Wohnungen mehr Kosten durch das Land pauschal übernommen werden, als für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Das gestern in Brandenburg verabschiedete Gesetz fordert, zitiere wieder, eine Unterbringung, die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Dies unterstreicht den Willen des Gesetzgebers, dass die Verbesserung, dass die Unterbringung in abgelegenen Lagen ohne Anschluss an ÖPNV, Bildungseinrichtungen, Einkaufsmöglichkeiten und Zugang zu Vereinen und Verbänden der Vergangenheit angehören werden soll. Aktueller Stand im Nachbarland. Die definieren nicht Aufgaben noch bis April. Die haben gestern konkrete Schlüsse gezogen. Und, man höre und staune, zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung heißt es, auch mit dem gestrigen Beschluss, Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte. Das sind denn die Situationen in Brandenburg oder in anderen Ländern anders als bei uns. Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte, um zumindest die Entscheidung, ob jemand behandelt werden muss oder nicht, in ärztliche Hände zu legen. Und nicht vordergründig von Finanzen abhängig zu machen, in ärztliche Hände zu legen. Um hier einen Anreiz zu schaffen, dass möglichst alle Landkreise und kreisfreien Städte der Vereinbarung mit den Krankenkassen beitreten, übernimmt das Land vollständig die Kosten der gesundheitlichen Versorgung. Zitat Ende. Aktuelle Beschlusslage in Brandenburg gestern. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern definiert man noch bis Mitte April die Herausforderungen, die zu leisten sind. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Argumente, die hier vorgebracht worden sind, erstens zur Ablehnung der beiden Anträge von Bündnis 90 Grün und meiner Fraktion, zweitens zur Nicht-Einführung der elektronischen Gesundheitskarte für Menschen mit Migrationshintergrund, die sind für mich nicht nachvollziehbar. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eben auch nicht ausreichend, was auf den letzten Gipfeln beraten worden ist. Wir brauchen hier schnelle Lösungen. Und wir müssen, nein, die Landesregierung muss ja nicht einmal etwas Neues erfinden oder sich selber Gedanken machen. Sie muss das aufgreifen oder bereit sein aufzugreifen, was anderen Ortes schon beschlossen worden ist, oder die Dinge hernehmen, die der Städte- und Gemeindetag in seinen Arbeitshinweisen auch schon im Herz des letzten Jahres formuliert hat. Seit dem November des letzten Jahres liegt das vor. Das Drei-Wellen-Papier ist für mich ein geschlossenes Konzept, was man hernehmen kann, finanziell untersetzen und verbindlich für das Land regeln kann, bevor wir zu einem Integrationsgesetz kommen. Und auch, okay, der Hinweis, wir würden das jetzt bis zum Ende der Legislaturperiode nicht mehr schaffen, dass man das schaffen kann, das zeigt doch wohl diese Landtagssitzung. Sieben Gesetzentwürfe bringt die Landesregierung ein. Die werden rass, rass durch das Parlament gebracht. Immer mit der großen Erwartungshaltung, liebe Opposition, stimmt zu. Bei so einem Gesetz soll das nicht gehen. Das sind Ausreden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nichts als Ausreden. Und trotzdem will ich noch einmal um Zustimmung zu den beiden Anträgen, beantrage aber vorher im Namen der Fraktion. Ich setze voraus, dass die Grünen damit einverstanden sind, die Überweisung der beiden Anträge in den Sozialausschuss. Herzlichen Dank. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dekauss